Was wird das heutige Webinar bringen? Du fährst also einerseits, welche Managed Services und Devices, also Service, sich deine Kunden wirklich wünschen. Ich denke, da wird da Markus auch ein paar Erfahrungswerte mitgebracht haben. Denn Markus, ihr könnt ja eigentlich auch eine Auswertung fahren über die Topi-Partner, die ihr habt. Kannst du mal eine Größenordnung sagen, wie viele Topi-Partner es mittlerweile schon gibt? Also wir arbeiten mit einigen Topi-Partnern und mit einigen Partnern zusammen. Das ist eine relativ breite Range. Alles zwischen IT-Retailern. Angefangen haben wir mit einer großen Apple-Kette mit der Firma Gravis, die wahrscheinlich auch relativ viele kennen. Das heißt, im Hardware-Bereich gestartet. Mittlerweile eben aber auch mit relativ vielen Systemhäusern. Das heißt, wir haben eben den Weg von der Hardware gefunden über alles, was dazugehört, über Zubehör, über jetzt diese entsprechenden Services, Dienstleistungen, dass wir eben jetzt mittlerweile das Komplettpaket wirklich anbieten können. Nicht nur für euch, sondern auch für unsere gemeinsamen Kunden dann. Und da ist wirklich von der Größe der Partner alles dabei von BIS, aber auch bei der Größe der Kunden. Und da machen wir auch keine Einschränkung. Also es kann ein einzelner Freiberufler sein, der ausgestattet wird, kann aber auch ein großer Mittelständler oder ein DAX-Konzern sein, der europaweit seine Mitarbeiter hat. Also da sind wir von BIS und haben da keinerlei Einschränkung an Warenkorbgrößen, aber auch nicht an Kundenprofil. Spannend. Wenn du vielleicht zwischendurch nochmal gucken kannst, was vor allen Dingen so für Dienste verkauft werden. Vielleicht gibt es ja so bestimmte Highlights wie Workplace-as-a-Service, Managed Fireboard oder so. Vielleicht kannst du uns ja nachher mal Einblicke geben, was da besonders eingesagt ist. Wir zeigen euch auf jeden Fall, wie du diese Managed Services und Devices-as-a-Service konzipieren, kalkudieren und mit haftungssicheren Verträgen verkaufen kannst. Ganz wichtiges Thema. Und vor allen Dingen kriegst du endlich eine Lösung, wie du eben ganz schnell und einfach diese Kombinationen aus Hard- und Software und Managed Services als ein Abo-Modell anbieten kannst. Drei Faktoren sind besonders wichtig, nämlich einerseits die Managed Service-Konzeption, dann die Kalkulation und dann der Vertrieb. Kommen wir einmal auf die Themen Konzeption und Kalkulation drauf. Dann merke ich immer wieder, dass das Thema Kalkulation bei vielen Systemhäusern immer noch so aussieht. Da sieht es also so aus, wenn die zum Beispiel einen Server vermieten wollen, dann gibt es irgendwo vielleicht einen Server von Jonas aus der Cloud, da wird dann der Speicher definiert und wie viel Traffic geht darüber, dann gibt es nochmal ein hohes Exchange-Postfach, dann gibt es noch Wartungen mit dazu und die kalkulieren das so mit EK, VK und haben dann dann irgendwo eine gewisse Marge drauf. Das ist eine kostenbasierte Kalkulation, die ich bei vielen IT-Unternehmern sehe. Tatsächlich kommen wir deutlich weiter, wenn wir an eine nutzenbasierte Kalkulation uns gewöhnen. Nämlich, dass ich dem Kunden nämlich nicht mehr sage, ich verkaufe dir hier einzelne Hard- und Software-Elemente, sondern ich gebe dir IT-as-a-Service. Ich gebe dir eine komplette IT-Infrastruktur für 10 User und mit drei Anwendungen dazu. Du kriegst ein Service-Level-Agreement, du kriegst ein Störungs-Splate-Rate, hast 10 Exchange-Postflächer und ich biete dir das Ganze an für 1000 Euro im Monat, also 100 Euro pro User. So, und dadurch habe ich mich auch aus der Vergleichbarkeit rausgeholt. Ich verkaufe dem Kunden eine definierte Leistung. Ich sage, 100 Euro pro User pro Monat und obwohl ich den gleichen EK habe, habe ich einen viel höheren VK und merke, dass ich dann eine viel höhere Marge durchsetzen kann. So, jetzt Hand aufs Herz. Welche Kalkulation macht ihr häufiger? Oben oder unten? Also, es ist eher so das Beispiel. Ja, macht ihr das eher so wie die obenere Variante? Ich habe hier gesagt oben. Anthony fragt, gilt dieses Konzept auch für virtuelle Dienste wie Cloud oder Kubernetes? Ja, natürlich. Also, für alles, was IT-Dienste angeht. Ob es jetzt Cloud ist, ob es auch vor Ort Hardware ist, alles eben nutzenbasiert kalkuliert. So, das heißt, wenn du Managed Services einkaufst und dann mit identischem Umfang weiterverkaufst und das einfach nur, indem du eine Marge aufschlägst, dann bist du ein Cloud-Kistenschieber. Ja, du schiebst eigentlich genauso Kisten, wie du früher gemacht hast, wo du Monitor und PC eingekauft hast, mach eine kleine Gewinnmarge drauf und dann wird aber dein Managed Service-Geschäft niemals profitabel sein. Nächstes Thema. Wenn ich meine Managed Services versuche, mit einem ERP-System zu kalkulieren, dann klappt das nicht. Warum klappt das nicht? Die typischen Probleme sind ja, dass ich in einem ERP-System eine einmalige Endsumme ausweise, aber keine monatliche Rate. Und wenn ich im ERP-System kalkuliere, dann kann ich auch die wiederkehrenden Kosten nicht richtig darstellen. Denn wenn ich zum Beispiel eine Firewall verkaufe, dann muss ich auch alle drei Jahre mal ein Carepack dazunehmen oder ein Lizenzrenewal oder sowas. Oder bei PCs auch Carepacks dazu. Die können die wiederkehrenden Kosten nicht darstellen und vor allen Dingen melden die ERP-Systeme sich auch nicht automatisch, wenn mal eine Verlängerung verkauft werden soll. Und es gibt keine Information, wann, was, wie, wo als Dienstleistung erbracht werden muss. So, was gehört also zu einem Managed IT-Service? Wenn ich ihn kalkulieren möchte, habe ich mehrere Elemente. Einerseits die Dienstleistung, nämlich eine einmalige Einrichtung von meinem Service. Und dann kommt dazu die laufende Überwachung und Reaktion auf Störungen. Das ist aber nicht planbar. Und es kommen noch regelmäßige Arbeiten hinzu, wie Lizenzverlängerung und Updates und so weiter. Die sind wiederum planbar. Und dann kommt Hardware und Software dazu, nämlich einmalig, beim Beispiel in der Managed Firewall, was ich heute als häufiges Beispiel nehmen werde. Da kommt die Hardware dazu, da kommt Software mit dazu. Aber ich habe auch regelmäßige Investitionen, wie zum Beispiel Lizenzverlängerung, Carepacks, Überwachungssoftware für Reaktionen und Störungen und so weiter. So, Frage ist, wie kalkuliert ihr das? Würde mich mal interessieren. Wie kalkuliert ihr das? Denn das sind ja alles völlig heterogene Teile. Das eine gibt es nur einmal, das andere gibt es laufen, dann gibt es das ab dem dritten Jahr, dann gibt es das zwischendurch einmal monatlich. Das ist ein Problem, das die meisten IT-Service-Provider haben. Wenn ich jetzt eine Mensch-Service-Kalkulation richtig machen möchte, haben wir lange darüber überlegt, dann brauche ich eigentlich vier Elemente, die ich einzeln aufteile. Ich habe Material, einmalig, also Geräte, Software und Lizenzen, die ich brauche, Beispiel Managed Firewall. Dann kommt die Dienstleistung einmalig hinzu, sprich die Ersteinrichtung einer Maschine und die Einweisung des Kunden. So weit, so gut. Ich meine, das ist der Teil, den ihr auch mit einem normalen ERP-System so darstellen könnt. Und dann kommen die laufenden Investitionen in Material, sprich Lizenzverlängerungen, Carepacks, Monitoringgebühren. Die Lizenzverlängerungen kommen aber vielleicht erst ab dem dritten Jahr dazu, wie die Carepacks und Monitoring habe ich jeden Monat. Und ich habe die laufenden Dienstleistungen, nämlich die Betreuung durch den Wartungsvertrag, Updates und Patches und reaktive Störungsbelegungen. Jetzt haben wir lange dran rumgedreht. Frank sagt, mit Mikes Kalkulationstabelle. Und tatsächlich ist da jetzt ein Kalkulator geworden, der folgendermaßen funktioniert. Wir haben uns nämlich überlegt, ich nehme jetzt mal bei einer Managed Firewall, nehme ich mal alle Hardware- und Software-Elemente, die ich brauche, einmalig an Material und kalkuliere die. E-Kass habe ich jetzt ausgeblendet, aber ich kann mir die natürlich auch genauso anzeigen lassen. Dann kommen die einmaligen Investitionen in Dienstleistungen, nämlich die Ersteinrichtung, acht Stunden und eine passende Anfahrt dazu. Und jetzt kommen die laufenden Elemente dazu. In diesem Falle die Subscriptions. Hier ist es bei der SecurePoint Firewall, dass ich nach drei Jahren eine Verlängerung haben muss. Aber ich sehe, wie häufig kommt das vor? Dreijährlich. Und man muss sich zum ersten Mal reinpacken, erst nach 37 Monaten. Genauso hier eine Erweiterung für die User kommt auch mit dazu. Dann gibt es aber vielleicht andere Services, die jedes Jahr dazukommen. Das heißt, die brauche ich jährlich und die brauche ich ab dem 13. Monat. Alle diese Elemente kann ich in den Kalkulator reinschmeißen. Und es kommen die laufenden Investitionen in Dienstleistungen, sprich, ich habe einen kleinen Wartungsvertrag dazu, wo ich eben auch die Firewall-Monitore und die Firmware immer aktualisiere, wo ich ein bisschen was reinrechne für Benutzerverwaltung, Troubleshooting und noch eine gewisse Reservekalkulation. Und alle diese Elemente schmeiße ich rein. Und völlig egal, ob sie einmalig oder monatlich oder dreijährlich drin vorkommen, wenn ich das alles reingeworfen habe, passiert ein kleines Wunder. Er Kalkulator schmeißt mir das zusammen und er sagt mir, was ich jetzt nachher als Managed Services anbiete. Nämlich zum Beispiel diese Firewall bei drei Jahren Laufzeit für 174 Euro im Monat. Ich kann also sagen, wenn ich zehn User dort habe, zahlt der Kunde nachher ungefähr 17 Euro pro User pro Monat und dann ist das Thema Internetsicherheit für ihn gegessen. Das habe ich durch die Kalkulation hinbekommen. So, und genau das, das können wir nachher eben halt auch schaffen über ein passendes Abo-Modell, was wir mit Tobi darstellen können, dass das Ganze auch wirklich zum monatlichen Festplash für Kunden eingezogen wird. Ich frage mal kurz den Frank, weil du das gerade eben angesprochen hast, Frank Wengler, du arbeitest jetzt ja schon mit dieser Kalkulationstabelle. Frank, seit wann arbeitest du jetzt so mit der Kalkulationstabelle? Ja, Servus, Grüße. Wann haben wir angefangen? Ende 21, hatte ich gefragt. Also gut zwei, zweieinhalb Jahre inzwischen, genau. Okay, jetzt kriege ich ja dich nicht, meine Kamera ist gerade ausgefallen. Ja, und was hat das jetzt bei euch verändert, dass ihr jetzt plötzlich dieses System auf die Art und Weise genutzt habt? Also die Kalkulation, da hast du ja sonst vorher auch mal mit ERP-Systemen gearbeitet, oder? Naja, ich sage mal, wir haben das schon vorher auch mit einer Excel-Tabelle in solchen Fällen gemacht, aber deine war jetzt natürlich nochmal ein Stück weit optimiert dafür. und das hilft natürlich, weil du relativ schnell auch im Mitarbeiter mal das in die Hand drücken kannst und sagst, hier traut die ganzen Werte ein und dann spuckt es dir halt die entsprechenden Laufzeiten pro Jahr aus. Ja, genau so soll es sein. Da war ganz kurz Bild und Ton einmal mit weg. Ja, danke dir, Frank, für die Erfahrungswerte dazu. Also das haben wir zumindest damit geschafft. Es hat sich allerdings ein weiteres großes Problem daraus ergeben und das wird Tobi ab sofort für euch lösen, aber das erklären wir euch später genauso. So, jetzt haben wir das Thema Kalkulation auf der einen Seite gehabt, aber es gibt immer noch das Problem des Managed Services Verkauf. Denn Techniker hassen den Verkauf. Ist das bei euch genauso? Hassen eure Techniker auch den Verkauf? Ja, und egal mit welchen IT-Technikern du dich unterhältst, Verkaufen ist ja fast was Unehrenhaftes, ja. Die sagen, äh, ein Vertriebler. Nee, ich bin ja ein Techniker. Ich bin ja einer von den Guten. Und tatsächlich ist es so, dass der einfache Vertrieb bei Managed Services eine der erfolgsentscheidenden Faktoren ist. Das heißt, wie sorgst du jetzt dafür, dass jeder deiner Mitarbeiter am besten im Servicetermin ganz einfach und nebenbei Verträge verkaufen kann? Oder eben Hard- und Software im Abo-Modell. Die meisten Techniker, mit denen ich mich unterhalten habe, haben dieses Bild von sich, wenn sie aktiv einen Kunden ansprechen müssen. Sie denken, sie sind der böse Verkäufer. Sie denken, sie müssen was verkaufen, sie müssen dem Kunden irgendwas aufquatschen, was er nicht braucht und sie müssen ihm etwas anbieten, wovon sie selber nicht überzeugt sind. Und das führt dazu, dass Techniker das einfach vermeiden und irgendwo sagen, naja, vielleicht trauen sie sich nochmal beim Chef Bescheid zu sagen, hey, melde dich mal bei Herrn Müller, ich glaube, der braucht drei neue PCs, aber das den Kunden selber ansprechen trauen sich meistens nicht. Die Frage ist, welches Selbstbild würde viel besser passen? Wie möchte sich ein Techniker sehen? Und die Antwort lautet, der Techniker möchte am liebsten immer der Retter sein. Der möchte das Gefühl haben, ohne mein Eingreifen passiert ein Unglück und dank meiner Hilfe kann der Kunde viel, viel besser arbeiten und der Kunde ist für meine Arbeit wirklich dankbar. Das ist das Wunschbild, was jeder Techniker von sich haben möchte. Und daran haben wir uns jahrelang die Zähne ausgebissen. Wir haben eine Zeit angesagt, Vertriebler verkaufen und Techniker haben überhaupt nichts mit Verkauf zu tun. Wir haben aber jahrelange Versuchsreihen gehabt und so nach zwei, drei Jahren hatten wir den endlichen Weg gefunden. Das waren unsere sogenannten Lösungsflyer. Das bedeutet, das Erfolgsrezept dahinter waren die Lösungsflyer, indem wir einfach alles zusammenfassen auf einer einzelnen DIN A4-Seite, was zum erfolgreichen Verkauf eines Managed Services gehört. Ich frage mich in Runde, wer verkauft alle seine Managed Services von je einer DIN A4-Seite aus? Gucken wir, denen es zutrifft. Über 60 IT-Unternehmer. Ja, Frank hat es ja schon gesagt. Rainer macht das auch schon. Timo. Okay. War bekannte Gesichter bei uns aus dem Coaching. So, warum? Ich fasse alles auf einer DIN A4-Seite zusammen, was zum Managed Service Verkauf gehört. Und so fühlt sich nachher der Techniker auch wohl. Es fühlt sich für ihn nicht wie Verkaufen an. Und der Kunde unterschreibt nachher begeistert den Vertrag. Und genau das ist auch die Idee, auf die wir heute hinausfallen. Das heißt, wenn ich hier so eine Managed Firewall habe und das Ganze nachher verkaufen möchte und dass du so monatlich einen Preis hier für 89 Euro oder 149 Euro das Ganze nachher einfach refinanziert über Topi im Abo-Modell, das ist nachher genau der Punkt, wo wir rausgehen wollen. Aber entscheidend war das Aufbauen des Lösungsflyers. Wie sind diese aufgebaut? Auf dem oberen Teil des Lösungsflyers machen wir immer drei Qualifizierungsfragen. Wir stellen drei Qualifizierungsfragen als geistige Brandstützung. Das heißt, wenn ich beim Kunden draußen bin, kann ein Techniker den Kunden ansprechen und fragt ihn, sagen Sie mal, wie sicher sind Sie eigentlich, dass Sie optimal vor allen aktuellen Bedrohungen aus dem Internet geschützt sind? Ich dachte der Kunde, naja, weiß ich nicht, ich habe ja so eine Fritzbox. Und was würde passieren, wenn jemand unbemerkt über das Internet Ihre vertraulichen Daten stehen würde? Ja, das wäre eine Katastrophe. Geht gar nicht. Wussten Sie, dass Ihre Rechner statistisch gesehen fünfmal pro Nacht von Hackern angegriffen werden? Oh ne, das wusste ich nicht. Also ich habe nur Fragen gestellt beim Kunden und auf einmal wächst beim Kunden das Problembewusstsein. Als nächstes beschreibe ich auf dem Lösungsflyer das Problem in Kundendeutsch. Ich zeige ihm also, wo überhaupt das Problem liegt, warum man überhaupt so etwas wie eine Firewall braucht und das Ganze eben in Kundendeutsch, ohne zu viel Fachbegriffen um mich zu schmeißen. Das ist der Bereich hier. Und dann, schlage ich ihm eine Lösung vor und ich beschreibe den Kunden in ganz einfachen Worten, wie wir dieses Problem für ihn lösen, auch wiederum ohne zu viele Fachbegriffe zu verwenden. Und dann beschreibe ich unsere Leistung, alles, was im Vertrag enthalten ist, hier mit wenigen Punkten. Und das Interessante ist, am Ende hat er eine Call to Action, er hat ein ganz klares Festpreismodell, wo er sagen kann, er kann seine Lösung aussuchen, er kreuzt sie einfach an, packt seinen Stempel drunter, unterschreibt das Ganze und damit habe ich einen wirksamen Managed Service Vertrag abgeschlossen. Denn bei dem Modell, so wie wir das hier darstellen, sind auch automatisch die AGB und Vertragsbedingungen wirksam einbezogen. Alles, was ihr an Kleingedruckten habt, das geben wir euch ja bei diesem Konzept mit dazu. Das heißt, so wie der Frank Winkler oder Timo Kalpfus und Tony Nubs und Kollegen, wie die alle arbeiten, die arbeiten eben genau mit diesem Modell. Und das eben nicht nur mit einem Lösungsflyer, sondern eben über 40 Lösungsflyer, die ihr direkt in eurem IT-Unternehmen einsetzen könnt. Bei diesen könnt ihr leicht Logos und Farben und sowas mit anpassen.